Als morgens sitz ich im Stall, wo sind denn heut die Schafen, als morgens sitz ich im Stall. Los bringen wir den Kindl rum, wenn wir kein Töbel haben. Die Schnapsen trinken wir auch vor Zut und bringen wir nichts zu. Mit dem Zelt ist früher auch nichts zu, als wenn kaum was gewesen war. Die erste Woche ist der Auf und der nächste Woche war aus, Juchte. Die erste Woche ist der Auf und der nächste Woche war aus, Juchte. Alleluja, der nehmt all, was ich glaub. 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 Schuhklipper, die gibt es nachweislich schon seit dem 16. Jahrhundert. Das hat sich, drei vier Männer haben sich halt zusammengezogen und sind von Haus zu Haus gesucht. Auch wahrscheinlich hat er mal eine Lebensmittelung langgeworden dahinter. Ja, gar keine Frequenzenten oder etwas angegeben haben. Und die hat es ja zu der Zeit schon gegeben. Die Herbergsucher, die sind so viel rausgekommen. Da haben sie die Klärste fertig gespielt, Freunde. Und da haben sie auch die Herbergsucher eingebaut. Ganz speziell kennt man es halt der Amos. Wenn man in der Hinser unten schaut, dann sind alle Herbergsucher. Da haben wir Josef, Maria dabei und die Wirte. Und das Liedgurt ist auch anders. Die Ankläpfle haben durchaus Hirtenliede. Sie wissen eigentlich, wie man auf Bett nehmen und solle Liede. Und wir haben hauptsächlich Lieder halt, wo es den Advent betrifft, haben Weihnachten und auch Maria-Lieder. Und jetzt, dass man tatsächlich das, was die Herbergsucher sucht, sieht man das Lied von der Herbergsucher. Wo und zwei Arme Leute. Was wollt ihr denn? Wo geht unser Kreuz? Oh Gott, selbst mit dir bitte. Oh nein, oh nein, oh lasset uns doch ein, das kann nicht sein, wir wollen verhandbar sein, nein, es kann einmal nicht sein, da geht nur fort, ihr kommt nicht rein. Vor der Tür, hei, bei, mit seinem Mann, denn ihr hören uns, wer wie mit der Hand, lasst uns bei euch doch wohnen, wir euch schon alles lohnen. Was zahlt ihr mir? Kein Geld besitzen wir, kommt von hier, oh, öffnet uns die Tür, ei, macht mir kein Ungestüm, da packt doch ich woanders hin. Wer drauscht heu, wer lieber kommt heraus, sind's bette leid, oder lernet uns das Haus. Keine Haft, mit unsern Abahnen, keine Nichts, helfen unsern, da ist nichts leer, so weit leben wir heute, ich kann nicht mehr, oh, lieber heute. Hei, die Väter sprach, hör ihr, ich kenn sie schon gern von hier. Zeige Zitat Gottes Willen, wollen wir die Arme füllen. Jetzt packt euch fort, wo darfst du im harten Ort? Räschstall dort, wo wächst ein harter Ort? Einer Ort ist gut für euch, es braucht nicht viel, da gibt es nur gleich. Räschstall dort, wo darfst du im harten Ort? Räschstall dort, wo darfst du im harten Ort? Räschstall dort, wo darfst du im harten Ort? Und so komm ich jetzt heut, da jeder singt. Jetzt klingt die stille Zeit, wobei und weil wollen mich. Jetzt klingt die stille Zeit, wobei und weil nur Frieden wird. Hier sich erbrennt, hat Herz erbrennt. Wo er ein kleines Kind ins Frieden bringt. Jetzt klingt die stille Zeit, wobei und weil ich. Jetzt klingt die stille Zeit, wobei und weil. Jeden Tag nur fünf Minuten. Wenn du das schaffst, nur eine Zeit noch. Dann wird irgendetwas in dir erwachsen. Es ist eine Chance, komm in mir jeden Tag. Nur fünf Minuten Zeit für dich. Und häng doch Amor übers Leben noch. Über die Hektik, dein Wichtigkeit und übers Gelb. Und da deine Wichtigkeit sei endlich still. Und setz dich nieder und dann los. Pssst, wie es auf einmal still wird draußen. So, als hätt's grad umfangen zum Schneiden. Und da stillet, legt sich übers ganze Land. Auf einmal spürst du die Häuser ganz selbst. Der schlussbildlich wichtig wie ich. Vor schlussbildlich wie ich, du hast ja komm. Dies ist keine Chance, ob wir in. Mal führe, will ich ein. Und was wohl bedenkt? Jetzt leidet uns doch. mit uns ein und alle Zeit. Bitte an Sehn vor Lohn, wir in Ewigkeit. Bitte an Sehn vor Lohn, wir in Ewigkeit. Bitte an Sehn vor Lohn, uns ein reminders từ Lohn, wir in Ewigkeit. Bitte an Sehn vor Lohn, wir in Ewigkeit. Bitte an Sehn vor Lohn, wir in Ewigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020